Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Hampeelkum. Das Objekt wurde 1997 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 1161 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 870.000 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017